Ich muss noch ein Hörer. Ein Hörer? Was soll denn da sein? Das ist die Quest in the Scout. Please travel to the following location. Ein herzliches Willkommen zurück zu Zwei Idioten in einer Glaskuppel Arbeitstitel zusammen mit Nephi. Hast du heute die Folge bei mir? Ja, ich hab letzte Folge nicht gesagt, dass sie bei dir vorbeischauen sollen. Das schneide ich noch rein bei mir. Und wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen da. Wenn euch ein coolerer Name einfällt, lasst auch rein. Ich glaube nicht, weil es wird jetzt so Zwei Idioten in einer Glaskuppel. Alter, wie machen wir denn ein M-E-System? Pet-E-P-E-E-E-E. Das Projekt heißt Zieg. Du machst da bestimmt noch so ein sexy Logo draus aus. Ja das Projekt heißt Zieg und es ist eine Ziege. Minecraft Zieg. Ja, und dann drunter so der ganze lange Titel, Zwei Idioten in einer Glaskuppel. Ja, ganz klein. Und dann noch W.I.P. Arbeitstitel. Ja, das wird noch ganz groß. Es ist immer noch die Frage, wie kriegt man eine Hau? Ich meine das Werkzeug, nicht die... Das hat schon geklappt. Reset in. Jetzt kannst du dich ja durchs Questbuch prügeln. Ja, warte, also irgendwie müssen wir das Brot kriegen. Please send us the following items to click. Not asking to... Wir können ja jetzt... Wir können ja jetzt Stein... Stein ist überall... Ja, aber ist hier auch Stein, ist die Frage. Nee, das ist das andere Zeug. Ja, was ist das für Zeug? Kann man da was machen? Ist die Frage halt. Kann man daraus Werkzeuge machen? Das wäre schon... Hilfe. Wenn wir uns Emergency Suit... Ach nee, das sind die... Aus den Steinen kann man sich aber... Oh, Öfen machen, Goro. Öfen? Was bringt uns das? Normale Öfen kannst du da schon mal daraus machen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Äh... Hier hast du noch einen. Oh, Botania kannst du damit auch machen. Ähm... 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 Also... Die Steine scheinen wie normale Steine zu funktionieren hier. Da sind nämlich alles Rezepte von normalen Cobblestones drin. Bauen wir ein paar ab. Dann können wir Steinwerkzeuge machen. Wie eine Fledermaus. Ja, wir sollen uns hinlegen. Ja. Mit dem Buch in der Hand schläft er. Hm... Ich lese das. Sie hat das Kopfkissen gelegt. Ich bin halt gerade am überlegen, was... Was für uns... Wir könnten uns ja noch Sachen senden. Wir könnten uns Sachen holen, ja. Ich weiß halt nicht, wie wichtig die Reputation Points sind am Ende. Wir haben halt 17. Ist eigentlich okay, ne? Wenn wir uns halt... Wenn wir uns für 17... Wenn wir uns halt für... Für 6... Zwei Tiere schicken. Und mit Glück zwei Kühe haben. Ja, aber wie willst du sie vermehren ohne... Farley? Hehehehehehehehe. Ähm... Also wir müssen... Guck mal, es gibt... Putting down roots. Alter, wie sollen wir denn Brot machen? Ich guck mal ins Nei, wie man Brat macht. Ich hab grad schon geguckt. Also in der letzten Folge. Und? Wurde nicht schlauer. Vielleicht wirst du schlauer. Ich weiß es nicht. Wie schreibt man denn Brat? B-R-E-A-D. B-R-E-A-D. Da ist es ja. Brat. Drei Weed. Wer hat das gesagt? Oder Floor. Ja... Ja... Und wie machen wir... Fl-Flau... Mit... Weed und Mortar Dings. Morgweet every day. Hmm... Hmm... Hm... Pfff... 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 Ja... Ja das wars mit dem Projekt, wir sehen uns... Nee, 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 nee. Nee, 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 Goro gib mich auf. Nee, 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 nee. Okay, vielleicht sind die Quests hier ja auch beendet schon. Zur Zeit. Meinst du, dass wir da nicht weiterkommen gerade? Dann machen wir jetzt mal The Scout hier. Das kann sein. Please travel to following location. 9, 7, 9. Was? Travel? Was, was, was? 9, 7, 9. Was, was, was? 2 nach oben. Ja, ohne Mist. Warte mal, warte mal. Und 4,31. Deine Kiste versteckt? Das ist ja so cool. 4,31. Hinter der Glaskuppel. Muss noch ein höher. Einen höher? Was soll denn da sein? Das ist die Quest in The Scout. Please travel to the following location. Geht das kaputt? Es ist Schüsselglas. Ich weiß nicht, ob das kaputt geht, wenn wir das abbauen. Aber ich mein, wir können das auch stopfen mit nem Dirt, oder? Ich hab nen Dirt dabei. Ja, mach mal. Ah, wir sterben! Nein! Und jetzt? Hast du die Quest bekommen? New, visit. Wie blöd. Custom task. Ist das blöd. Wow. Du mein Freund. Was denn? Was ist denn? Warte. Er ist verwirrt. Ein Ding. Ich hab doch jetzt nen Dirt. Please travel to follow items. Kannste Manual Detect machen. Mach mal Manual Detect. Wow. Ja. Das hast du letztes Mal nicht gemacht, ne? Location Task. Warte, vielleicht muss ich doch nochmal die Location machen. Ich hol Stein. Location Task. Visit. Visited. Ich hab mir jetzt erstmal hier ne Steinspitzsacke gemacht. Die hält auch nicht viel länger als die Holzspitzsacke, ey. Jetzt haben wir ein Loch in der Kuppel. Ey, es ist doch nicht... Und für was? Hast du nix? Hast du uns ein Schwert gemacht? Ja. Ja, für den Fall der Fälle. Wann weiß ich, was hier passieren kann? Ich dachte, ich hätte jetzt ein Schwert gefunden. Nein. Ja gut, jetzt hab ich die Quest natürlich gemacht. Nein. Oh, die Köde sieht so gruselig aus, ey. Location Task. Wieder. Wo bist du denn grade? Wo bist du denn grade? Weil jetzt, äh... Elsewhere. Da Playa, oder? Nee, wo bist du grade? Nee, wo bist du grade? Scout gewesen. Travel to Swamp hab ich hier grade. Ja. Hab ich auch. Aber dafür müssen wir zwei noch machen. Geologe. Was muss man mit Geologe? Da brauchen wir... Ein Cobbl... Nee, vier Cobblestone. Hast du Cobblestone? Äh, hab ich sogar grad in der Tasche. Warte, mach ich eben. Cobblestone. Nee, zählt er nicht. Scheiße, was? Moment. Er zählt das nicht, weil das Gabbro Cobblestone ist. Es muss richtiger Cobblestone sein. Ja, das ist jetzt ein Problem. Hier unten war noch keine. Gabbro. Kannst du uns denn nicht sonst, ähm, Gabbro Werkzeuge machen? Geht das nicht? Hab ich doch schon. Also die Spitz... Achso, warte, hier. Spitzhacke. Hier hast du schon eine. Ich hab zwei gemacht. So, danke. Die ist nicht viel schneller als die Holz, leider. Die hält nur länger. Wir müssen halt auch dran denken, dass wir uns eventuell sogar noch hier, äh, Stufen machen dafür, ne? Ja. Damit find ich hüpfen, meinst du? Wenn du mit einer Spitzhacke rechts klickst, dann platzierst du einen Block. Nur wenn er auch im Inventar rechts daneben liegt. Ja. Das ist Tinkers Konstrukt. Machen wir hier so ne kurze Travel runter machen. Oh nein. Dann verbrauchen wir schon mal weniger Essen. Geht mal ein paar Sachen rein. Ich guck noch mal nach Quests. Der Instructor, da braucht ne Flint jetzt als nächstes. Ja, genau. Und Flint ist jetzt auch... Ich glaub, wir müssen jetzt erst mal buddeln. Oh. Irgendwo muss es ja anderen Steinen geben. Oder einen Iron Ingot, davon sind wir wahrscheinlich noch weit entfernt. Ja, außer wir finden es hier. So, in der Höhle, weißt du? Ich bin halt kurz davor, jetzt noch mal hier, mir zwei Tiere zu bestellen, ne? Aber was willst du mit den Tieren machen? Scheiße, was will ich mit den Tieren machen? Wissen wir, wenn wir uns noch mal ein Seed bestellen? Davon gab's ja Oliven. Die irgendwie nicht wirklich wachsen. Ja, sollen wir einen Supplier rufen jetzt mit Seed? Weiß nicht. Ist die Oliven hier? Sehen die schon gut aus? Ich weiß nicht, wann die fertig sind. Wir können auch bald Metalle requesten. Die Bücher können wir auch requesten. Die kosten sogar nix, glaub ich. Ah doch, minus einen. Okay. Aber die Bücher brauchen wir gerade nicht, glaub ich. Materials. Armour Materials. Tool Materials. Vielleicht lernen wir da drin, wie wir eine Home machen. Guck mal, das ME-System kannst du dir auch, glaub ich, requesten rechts daneben. Ich hab's gekauft. War's das Buch jetzt? Ja. Ah ja, completed. Ja, ich seh's ja. Lass auf, wenn ich requeste jetzt noch ein Seed. Okay, stand nicht wirklich was cooles drin. Hab's getan. Und? Äh... Tournip. Uncommon Seed. Ne, das ist, glaub ich, Essen. Tournip. Bringt uns nix. Bringt uns nix, wenn wir's nicht anbauen können. Aber warte mal, wenn wir noch nen Apfel kriegen, können wir uns doch nen Apfelbaum craften. Ich hab's versucht, geht nicht. Das geht nicht? Ne, wenn du Apple reinschreibst, siehst du auch kein Apple Tree Seed. Ah, nein. Das ist ja blöd. Beziehungsweise, es gibt nen Apple Sapling, den kannst du... Aber es gibt Apple Juice, den gibt es. Aber es gibt nen Apple Sapling, den kannst du aber leider nicht benutzen. Also kannst du nicht auswählen, kannst du nicht craften. Ja, es gibt Apple Juice, aber du brauchst nen Juicer, dafür brauchst du nen Pleasure Plate. Ja, ja. Ja, 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 das... Und... Dat is, äh... Und Stone. Und... Das ist alles total scheiße. Kacke. Ich hör hier Monster. Oh nein. Hörst du sie? Bestimmt da drüben. Wir haben aber auch noch keine Kohle. Ne, gar nix. Hast du nicht gesagt, man kann sich da nen Ofen machen? Ja, aus den Steinen hier, die ich abbau. Ich mach uns mal nen Ofen. Also beheizen könnten wir was. Ich dachte eher an Holzkohle jetzt. Die könnte man machen, aber willst du Fackeln bauen? Ja, ja. Ja, das können wir machen. Ich hab Angst, dass ich mich hier gleich in irgendeine Höhle reinbuddel hier. Klingt schon ziemlich nah hier alles. Die ist überall nur Gabro. Das kann ja nicht sein. Die ist überall nur Gabro. Das kann ja nicht sein. Das ist auch mal was anderes, ey. Das ist auch mal was anderes, ey. Ja, es ist schon ein bisschen... Anspruchsvoller. Ja. Ja, Fackeln hab ich uns gemacht hier. Kannst du gleich mal mit. Wo bist du? Guck mir das Ding da an. Was für ein Ding? Da hinten diesen Swarm... Swarm-Nest. Was ist denn ein nestliches Vieh? Das ist kein Vieh, das ist ein Nest. Und wenn du näher drangehst, kommen diese lila Punkte auf dich zugeflogen und machen die Schaden. Oha. Ich glaube, die Olive hier ist gut. Warte mal. Jo. Kannst du die nicht einfach rechts klicken und die fallen dann runter? Nee, musst du links klicken und dann fallen die runter. Kann man die hauen? Kann man die essen so? Kann man essen so. Wie viel Essen machen die? Ein halbes Ding. Kann man die weiterverarbeiten? Jo. Zu was? Zu verschiedenen Sachen. Ah, der Goro hat hier schon Licht gemacht, ey. Die uns hier so nichts bringen spontan. Wir müssen uns nochmal kurz hinlegen, glaube ich. Das ist alles ein bisschen schwieriger, als ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte... Jaaaa! Und es hätte schwerer sein können, wenn wir die nächste Schwierigkeitsstufe genommen hätten, mein Freund. Also du meinst, dass wir jetzt schon schwer unterwegs sind, weil wir die zweite Schwierigkeitsstufe gewählt haben? Dritte. Die dritte Schwierigkeitsstufe? Wir sind doch bei Gamma rein. Bei Gamma? Weil du Schnee wolltest. Stimmt. Weil du Schnee wolltest. Oh, da ist ein Baum gekommen. Hier ist ein Baum gekommen. Das ist alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was ist denn hier? Wo ist unsere Höhle? Da ist unsere Höhle. Wir haben ein Loch in der Kuppel. Wer war das denn, ey? Ich weiß es nicht. Sobald wir Gas haben, werde ich das flicken. Atmosphäre verseucht. Oh, ich habe Eisen gefunden. Nein, aber kannst du nicht abbauen. Ne, kann ich nicht. Warum nicht? Ich habe da ein Steinwerkzeug. Was ist das durch? Ne, Vieh. Soft-Metal? Was ist denn Soft-Metal? Das ist... Sind wir hier in der Musikrichtung oder was? Das ist nicht Hard-Metal. Oh. Ne, wir sind auch wieder Bäume gewachsen. Kannst du jetzt mal... Kann ich gleich fällen, sagst du? Kannst du gleich mal fällen. Hm. Ich bin jetzt auch wieder im Quest-Buck unterwegs. Das ist alles nicht so... The Supplier. Ja gut, da können wir uns Sachen bestellen. Geogulist. Geo... Geologist. Das geht ja noch nicht, weil wir kein Dings haben. Das hier geht nicht, weil wir kein Eisen haben. Kolonist. Geht nicht, weil wir noch ein Dings haben. Noch ein Quest erledigen müssen. Eternal Bloom brauchen wir dafür. Das kann man natürlich auch nicht. Okay, das einzige ist, wir müssen halt... Hier... Flint finden. Flint! Um eine Flint-Pickaxe-Dings zu machen. Am Wasser vielleicht Flint? Warte mal. Ne. Hier ist so ein Nest direkt neben unserer Kuppel. Ja geil. Ich bin grad ein bisschen überfragt. Was das nächste Schritt ist. Wir bekommen auch relativ viel Essens-Schaden gerade. Oder demnächst. Ja. Wir haben nur eine Olive. Und wir haben einen Apfel. Und wir haben einen Apfel. Winter is coming. Winter is coming. Vielleicht kriegen wir noch einen Apfel hier. Mit Glück. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Schwer zu sagen, das Ganze. Schwer zu sagen. Vor allem, weil ich jetzt gerade gar eine Quest sehe, die wir hier weitermachen können. Wir können uns noch Tiere bestellen. Oder mal... Wir können uns ja Emergency Food bestellen, glaube ich. Bestimmt. Als Not können wir uns noch Emergency Food bestellen. The Scout. The Scout ist abgeschlossen. Wir müssen Flint finden. Wir müssen bundeln. Ja. Nützt nix. Nützt nix. Nützt nix, Lungs. Nützt nix. Hier ist Eisen. Kannst du das nicht abbauen? Soft Metal. Ging nicht mit Nephi. Nephi wollte kein Soft Metal. Wollte kein Soft Metal? Nephi wollte kein Soft Metal. Er wird nur Heart Metal. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wenn ihr aber dieses Projekt feiert, dann lasst ihr auf jeden Fall ein Däumchen da. Morgen gibt's die Folge dann bei Nephias. Jetzt ist hier erstmal Schluss. Schicht im Schach bei mir. Und ähm... Ja, ich würde sagen, schaltet morgen wieder bei Nephi ein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.